Sooo. Ich laufe mal wieder weiter. Bei diesem Spiel. Damit es dann auch mal zu Ende ist. Oh. Ah. Ah. Tja. Arte...fuck. Artefakt... Artefakt BZ. Wieso? Wisst ihr scheißig? Ah wo ich bin. Ja. Hallo, wir hatten hier einen Injury, die haben immer mir zackgelöst. Das war ein sehr schlechter Fakt von dem Viech. Mit derweil kommen die auch einfach nur noch angelaufen und machen keine Geräusche mehr. Ich hätte ihn erschrocken können. Oh, wunderbar. Oh, okay. Ich habe PDA. 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 Oh ja, beim ersten Gegner werde ich den benutzen. Oder auch nicht, weil, doch werde ich. Immer noch kein General Exzess gekriegt. Was ist das? Was ist das? Und Höhe. Ohje, Zeichen lesen. Soulcube. Mit so komischen Gesichtern drauf. Ja, ey, äh. The fuck? 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 Oh, nee. Oh, nee. Das war's. Da passiert jetzt 100 Probes. Ja. 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 Es gibt keine Zeit zu erzählen. Du musst schnell gehen. Geh meine PDA. Es liegt dort, an der Desk. Es hat Security-Code für den Bereich, und meine Forschung. Es wird helfen. Ich kann nicht mit dir gehen. Ich habe meine Arbeit hier. Good luck. Ja. Ja. Und ja. Ich bin ein. Ich habe mich geäbt. Ich hatte die Angelegenheit, es hat uns geäbt. Die Angelegenheiten die gleiche Dämonen, die uns heute verletzten. Die Dämonen kamen durch die Dämonen, die sie bisher haben, genau wie wir jetzt. Sie haben die Säule Kugeln entwickelt. Das ist Dr. Pierce Rogers. Der Archeologer. Angelegenheit auf Mars. Als die Preliminärer-Reporte suggeriert haben, haben wir ein paar fantastische Erkrankungen gemacht hier auf Mars gemacht. Die Leben auf Mars hat lange in Theorien, aber wir haben noch nie gedacht, dass es so etwas wie das ist. Die Erkrankung wurde in 2115 herausgefunden. Es führt zu was jetzt bekannt ist als Site-1. Site-1 ist der größte von Sites, und wir arbeiten da noch aktiv. Es ist aus einer Reihe von Chancen und Tunnels verbunden, all of which are covered in glyphs und Symbols. Using the UAC-Pattern Processor, haben wir endlich begonnen, zu verstehen einige der Glyphs. Und von ihnen, hier ist es was wir haben gelernt. Die Erkrankungen sahen wie wir, zumindest an der Art, dass sie bipedal waren und in Form und Größen waren. Der Level der Technologie war unglaublich. Zum Beispiel, die Glyphs in jeder Seite wurden in den Ruck von einer Art Maschine, und jeder ist genauer aus der Bühne. Es ist weit über die Precise von alles, was wir tun können. Sie hatten eine soziale Struktur, sehr aristokratische, mit viel Emphasis auf... ...